So, was willst du? Das ist das dritte Mal, dass ich komme. Ja und? Sag bitte ja. Was? Nun, ich wollte sagen, dass... Dass du mich liebst. Ja, ja, ich liebe dich, deshalb möchte ich, dass du, ich meine... Du willst mich heiraten, ja? Ja, bitte heirate mich. Was soll das, Puschel? Du sagst immer nur etwas, wenn ich es dir vorsage. Weil du es immer sagst, bevor ich es sagen kann. Jawohl, weil du so lahm bist, darum. Wenn ein Mädchen was auf sich hält, sagt es beim dritten Mal ja. Ich sage erst ja, wenn du mich eindeutig gefragt hast. Man muss es nicht unbedingt sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten. Hä? Einen Augenblick bitte. Was ist? Vielleicht geht es so besser. Jetzt hör mal zu, ich liebe dich und du wirst mich auf der Stelle heiraten, verstanden? Ach, mein Puschelentler. Ah! Aua. Und so kam es, dass Puschel seine Sue heiratete und sie waren sehr glücklich miteinander. Tschau!